Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Ich möchte euch jetzt ein ganz außergewöhnliches Accessoire vorstellen, den XT Advanced Skin 5 Trinkrucksack von Salomon. Dank seiner Konstruktion passt er sich wunderbar an die Körperform an und gewährleistet so ein sehr angenehmes Tragen von Trinkbeutel und anderen Utensilien, die man beim Laufen benötigt. Durch das SensiFit-Material lässt sich der Trinkrucksack ganz einfach wie eine eng anliegende Weste tragen und ansonsten wird sehr grobflächiges Mesh-Material verwendet, das außerdem noch antibakteriell wirkt und das zudem extrem atmungsaktiv ist. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten und viele verschiedene Taschen, in denen man wichtige Utensilien verstauen kann. Diese Tasche zum Beispiel lässt sich ganz einfach mit einem Klettverschluss lösen und es gibt von dieser Tasche auch noch eine zweite Variante, die ist hinten im Rucksack verstaut und die kann man dann bei Bedarf einfach schnell austauschen. Ebenfalls auf der Vorderseite gibt es übrigens Möglichkeiten, zwei zusätzliche Trinkflaschen unterzubringen. Kernstück eines jeden Trinkrucksacks ist natürlich die Trinkblase. Diese hier fasst 1,5 Liter Flüssigkeit und wird isothermisch in dem Rucksack verpackt. Der Verschluss ist einfach und quasi doppelt gesichert, man schiebt diese Schiene zur Seite, klappt den oberen Teil hoch und kann dann den Trinkbeutel befüllen. Das praktische Klicksystem im unteren Bereich der Blase ist auch sehr nützlich beim Reinigen. Sehr durchdacht ist auch der Verlauf des Trinkschlauches. Er läuft nämlich unten entlang und dann entlang des Trägers. So lässt es sich einfach trinken und er stört während des Laufens nicht. Etwaige Stöcke können auf der Rückseite des Rucksacks diagonal an diesen beiden Ösen befestigt werden. Ja, in den Bergen muss die Sicherheit sehr groß geschrieben werden. Aus diesem Grund verfügt dieser Trinkrucksack über eine Trillerpfeife, mit der man auf sich aufmerksam machen kann und über eine Sicherheitsdecke für den Fall, dass nicht sofort Hilfe naht. Ja, der XT Advanced Skin 5, das Topmodell unter den Trinkrucksäcken von Salomon. Und er wird euch sicher durch die Bergwelt führen oder auch ein guter Begleiter sein auf anderen Extrem-Ausdauer-Events. Und ihr könnt diesen Rucksack bestellen hier im Shop unter www.runnerspoint.com